Eine Aufnahme läuft. Hallo. 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 Willkommen zu der neuen Ausgabe. Ich grüße auch die hässlichen Menschen. Denn ich bin nicht intolerant. Dankeschön. Arschloch. Wir haben diesmal mehr Rollen. Auf jeden Fall. Ich hab's letztes Mal ein bisschen verkackt. Oh mein Gott. Ich hab die erst vorhin nicht aufgenommen. In dem Spiel geht's darum, dass die einen Leute sind Räuber. Die müssen die NPCs finden. Wir müssen uns als NPCs tanzen. Wir müssen dann versuchen, die Bank auszurauben, ein paar Sachen zu klauen und ein bisschen die wertvollen Dinge rauszubringen. Bisschen heißen. Ich bin Artist. Ich kann in die Bank gehen und Bilder malen. Ich bin Master Thief. Ich kann einen Diamanten im Tresor finden, den nur ich haben kann. Ich kann auch Stock klettern. Ich hab einen Grappling Hook. Einen Grappling Hook hab ich viele. Ich kann auch generell... Was kannst du, Ricky? Ich kann Wände klettern. Ich kann mich... Ich spawn drinnen. Ach so, der Insider spawn. Der Insider ist nicht schlecht. Mir ist gerade nichts eingefallen anderes. Haben wir bezahlt. Ich hätte auf Ready drücken können. Hier gibt's übrigens diesmal vier Tresore, sehe ich das richtig? Ja. Mhm. Was zum Fick? Hier ist ein Polizist mit einem Pferd. Diesmal sehe ich auch die Jewelry. Hast du den Polizist mit dem Pferd gesehen? Ne, so schnell nicht. Aber meinst du, das ist einer von den anderen? Ich denke ja. Sind hier die Polizisten? Au. Wurde Folie... Folie wurde erschossen. Scheinbar wird meine Position durch die Kamera den Kopf sofort dargelegt. Ach du... Was? Muss ich jetzt drauf... Muss ich jetzt drauf achten? Oh. Auf was musst du achten? Kameras. Oh nein. Ja, wenn ich vor einer Kamera laufe, bin ich so schmal gereveilt. Wie kommt man denn da rein? Komm ich da nicht rein? Jetzt werde ich ja gebastelt gleich. Oh yeah, ich habe ein Bild gemalt, Freunde. Und jetzt nehme ich es mit. Nein! Lass ich... Lass ich gehen. Nein! Läuft es gut bei dir, Folie? Es läuft wunderbar. Ich bin so gut in diesem Spiel. Das ist unfassbar. Ich glaube, ich habe halt alle unsere Teamlebe aufgebraucht. Du hast alle unsere Teamlebe aufgebraucht. Siehst du, was ich gesagt habe? Wer hat es gehört? Oh Mann. Und bei euch so... Können wir den Geldsecker am Boden auch zusammenlegen? Du hast ja automatisch alle zusammen, je mehr einsam ist. Kann ich mal eine ablenken, irgendwie, dass ich reingehen kann, was aufbrechen kann? Mit Targern rein. Wie komme ich da hin? Naja, man kann mehrere aufheben. Easy, easy, easy. Master Thief ist echt scheiße. Du machst das. Wohl in der Wagen zu nehmen. Oh, da wurde jemand erschossen. Ich glaube, da schießt jemand auf dich. Einer von den... Nee, nee, ich... Ich habe einen der Cops erschossen. Ein Bot-Cop? Sehr gut. Nein. So, die ersten 4000 sind draußen, Freunde. Doch, es gibt einen Bot. Es gibt einen Bot-Cop. Der ist easy gestellt. Ich weiß nicht, ob der das war. Das ist Maeve, den ihr da erschossen habt. Er ist der Bot-Cop, den ich gerade erschossen habe. Was kann ich denn als Grappling-Hook und Wandkletterer überhaupt machen? Ich komme damit ja auch nicht in die Tresore rein, oder? Ich habe den Bot-Cop erschossen. Niemand ist aufgefallen, als ich als Angestellter draußen bin. Das ist ganz gut für mich. Ich bin auch gerade voll falsch. Okay. Fuck! Wie komme ich denn an Geld ran jetzt? Ah, da sind ein paar ETMs. Warum haben die einen neuen Bot bekommen? Egal, hier ist gerade keiner. Kriegen wir mehr Bots? Umso öfter sie sterben, what the fuck? Was? Weißt du, ich töte die wie ein Weltmeister die ganze Zeit da. Und dann auf einmal ist dann jetzt ein neuer Bot. Ihr kriegt mich nie. Ich bin der Spider-Man. Warum kippt da irgendwas durch die Decke? Warte mal, hast du den Bot erschossen, Johnny? Johnny oder nicht, der Boss? Das kippt mich, das bohrt gerade. Pass auf, da kommt einer zu dir. Bohrst du durch die Decke? Was? Ausrichtet hier in meinem Künstlerzimmer? Jetzt schießen die! Willst du mich verarschen? Und jetzt denkt er einfach, dass Marie war... Hä? Warum denkt er das hier nicht? Ich sah wahrscheinlich auffällig aus. Auch mit den Porträts und sowas. Das kann sein. Ich habe das Gefühl, sie werde in diesen Raum nicht einfach reingegangen. wenn nicht jemand gebohrt hätte. Du drehst 2000 wert, Ricky. Denk drüber nach. Oh, das ist Gold. Ricky, hol alles. Da unten ist... Ne. Oh, das bringt nicht viel. Und Ricky, wenn du flüchtest, das Auto... Weißt du, wo das bei der U-Bahn ist? Nein. Shit. Das ist halt so ein Weg zur U-Bahn quasi runter. Der ist direkt, wenn du da durch die Tür dann rausgehst. Und da unten ist ein relativ sicheres Auto. Nein, du gehst irgendwo anders raus. Oh, nie. Ich habe gedacht, wo Ricky... Ja, kommst du durch. Ja. Okay. Easy. Nein. Man sieht gar nicht mehr, wie der tot ist. Das war ein guter Versuch von Ricky wieder. Warum habt ihr den nächsten Bot bekommen, nachdem ich die ganze Zeit Kops erschossen habe? Was soll das? Ich war der Künstler. Ich habe Bilder gemalt. Ricky hat durch den Boden gebohrt und dann bin ich aufgeflogen deswegen. Was sollte das? Das war so unlucky. Was ist überhaupt Bot Cop Easy? Warum war der überhaupt dabei? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Bot Cop Easy. Wie kann überhaupt ein Bot in dem Spiel funktionieren? Der hat aber nur alles gepenkt die ganze Zeit und wurde von Fully erschossen dann. Und hat Johnny erschossen. Das ist auch wichtig, vielleicht nicht damit anzumerken. Das stimmt. Was? Verbrecher? Hoch mit euch. Wieso Verbrecher? Verbrecher? Die Kops genau hoch. Achso. Oh mein Gott. Dann blöde ich mich heute hoch. Ach ja. Verbrecher. Ach ja. Ich muss gehen. Was ist das Kryptomein-Ding, Tombe? Ah, hier Kryptomein. Weiß ich nicht. Ich habe das nicht gespielt. Die Rolle heißt Krypto. Also ich habe den Text. Johnny, du musst hoch. Die Rolle heißt Krypto. Johnny, du musst... Achso, die ist noch. Johnny! Die Geräte in einem Radius von 15 bis 8 Metern. Kein Kryptomein auf Bankstechnen. Alle drei Sekunden 1000. Das war es nämlich. Wenn ich... Oh, man kann einen Bonpunkt auswählen da oben an der Minimap. Oh. Deswegen ist auch leider noch ein Punkt. Nee. Wusstest du nicht? Wir sind halt keine 34.000 Dollar Verbrecher wie du. Ich glaube, ich habe es vergessen. Ich wusste es aber auch nicht. Okay. Was haben wir jetzt für eine coole Gang? Ich kann mich schrumpfen. Ich bin... Ich gucke gerade Geld. Ich gucke gerade Geld. Irgendwie. Ich habe einen Stunt-Double. Ich schaue mit einer Menge Fans um ihn herum. Kann einen nahen NPC zu seinem persönlichen Stunt-Double befördern? Der versucht beim Raubüberfall zu helfen. Wie mache ich das? Ah. So mache ich einen Stunt-Double. Ich drucke Geld. Also ich bin, wie gesagt, Krypto. Ich kann alle elektrischen Geräte ausschalten für 15 bis 8 Sekunden. Äh, nee. Für 8 Sekunden. In 15 Meter Radius. Also falls ihr mal Geräte geaktiviert haben wollt. Dann sagt mir gerne Bescheid. Und ich kann ja Krypto schürfen. Mit dem wir quasi passives Einkommen haben. Wir haben einen Bot-Dieb. Äh, Escape. Den habe ich gemacht. Den habe ich gemacht. Den habe ich kreiert. Das ist meine Rolle. Als Actor. Ich habe einen Stunt-Double. Ja, ja. Okay, aber warum hatten wir aber einen Cop-Bot? Das weiß ich nicht. Okay. Ist das vielleicht auch eine Rolle von allen von euch gewesen vorhin? Ich glaube nicht. Vielleicht? Gott, du darfst mir liegen. Hat ihn erwischt. No, mein Stunt-Double. Kann ich das Fenster hier aufbrechen? Nein, du. Achtung vor, die schießen wir gerade. Ja. Wir könnten die auch einfach erschießen, oder? Das sind zwei, die haben bessere Waffen meistens als Cops. Die können doch einfach weggehen. Das ist ein Bot-Rotter-Medium. Das ist unser Kumpel. Wo sind denn hier PCs, die ich... Stehst du... Ah, du hilfst. Okay, ich glaube, Wache stehen wäre besser gewesen. Aber jetzt haben sie es halt gesehen. Aua. Bist du einfach weggegangen, hast du mir zu helfen? Ich versuche, das Ding nach Hause zu bringen. Ach, stimmt, ich respawn ja noch. Stimmt. Aber wir haben jetzt mehrere Versuche als einen. Warte mal, wie bringe ich das Geld rein? Ach, okay. Ich habe da eine Gelddruckmaschine gemacht. Aber ich bin tot. Objekt tot. Eine Gelddruckmaschine. Mhm. Nennt sich Krebsstand. Oh, stark. Oh, ich habe eine Fähigkeit, dass ich mich totstellen kann. Und das nächste Mal stelle ich mich einfach tot. Und dann? Da sind unsere Cops. Was bringt dir tot aus Mario? Okay, ich fange jetzt gerade an, die Krypto-Mainer zu installieren. Wir bekommen jetzt also alle... Irgendwas Sekunden bekommen wir Geld. Automatisch. Das mag ich. Ich mag das. Da ist wirklich echt entspannt, ja. Fuck! Sag doch was, ich war doch da. Ja, Mogi habe mich angeguckt und ich war... Ich war die ganze Zeit überlegen, ziehe ich meine Waffe und er... Er wollte mich wirklich erschießen. Okay, treiben. Hab... Oh, mehr PCs. Er guckt dich so böse an, ne? Er hat so Bock auf dich, ne? Der blaue ist übrigens der Mogi. Er hat so Bock auf dich, ne? Was auf den... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja! Let's go! Oh shit. Ist das Johnny? Ich glaube, das... Johnny hat mich erschossen noch am Ende. Nein! Oh, kein Glück. Aber ich habe so viele erschossen von denen. Ja, nur noch Hockeys da. Ne, Quatsch. Das ist Hockeys bei uns. Ich hätte meine Billetze nutzen sollen und mich aber schrumpfen. Dann wären wir so verwirrt gewesen, wo ich hin bin. Oh, ja. Oh, scheiße. Ich habe das falsche Verkleidung, sehe ich, glaube ich. Ich darf eigentlich gar nicht sein. Ja. Passiert. Ja, gut. Ich bin hier natürlich ein bisschen am Krypto-Minen, aber es bringt uns... Ja, du musst da eigentlich nur die... Du musst aber nach links... Du musst nur die 16.000 aufheben, die da rumliegen und dann zum Auto. Ach, wir brauchen aber 38.000. Aber das Geld wird gedruckt immer noch. Wir kriegen Geld dazu die ganze Zeit. Ach so, das heißt, ich muss gar nicht machen... Nee, das muss erst aufheben, das Geld, was gedruckt wird. Aber dass jede 1.000 oder da gedruckt werden, die er quasi aufheben könnte, machen 500 oder mehr, die wir quasi holen müssen. Ne, wir haben 1.000. Guck mal, das Geld... Ne, wir kriegen... Wir haben jetzt 15.000. Ja, das steigt aber wegen Krypto-Mining. Das steigt wegen Krypto-Mining. Ach so, aber steigt noch an. Genau, und diese 39.000 steigen an, weil ich nebenbei noch Gelddruck ist. Das heißt, da müsst ihr eigentlich die Gelddruckmaschine ausmachen, weil sonst... Die Kamera da ist an, Hockey. Die ganze Zeit. Stimmt! Es wird immer mehr Geld, was du stehst. Oh, was? Weil die Gelddruckmaschine noch an ist. Hockey, die Kamera ist immer noch an, ne? Na, auf! Ja, was soll ich machen? Ich weiß nicht, ich fand, es war eine Aussage... Es war eine Aussage... Also, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Die Gelddruckmaschine hat uns immer mehr Geld gegeben. Du musst aber... Ja, war das erschossen. Ja, ich weiß nicht. Mogi, Mogi, Mogi. Ich wusste so sehr, dass du mich jeden Moment erschießen willst. Aber das ist die Gelddruckmaschine ja übel schwierig. Ich hab dich nicht erschossen. Du hast nur deine Waffe gezogen. Es ergibt Sinn, dass du es warst, Fully. Dass wenn ich mit der Waffe lange genug auf dich ziehe, dass deine Nerven durchgehen. Wäre ich das erste Mal. Ey, ey, ey! Jetzt tu mal nicht so, als ob du mich nicht erschießen wolltest. Nee, wollte ich nicht. Ich erschieß doch nicht einfach ein NPC so random. Dann ist eine Runde vorbei, das würde Mogi doch nicht machen. Okay, das können wir... Nicht mehr, nicht mehr. Und jetzt sind wir ein Team. Ja. Morphia-Bus. Ich bin der Ninja. Ich bin der Heavy. Ich hab's so sehr gemocht, wie Mogi wusste, dass ich noch da bin und mich die ganze Zeit angeguckt hat. Ja, ich kann ja nicht einfach losschießen. Ja. Einen Schuss auf den falschen NPC und das war's für mich. Das ist aus. Das ist vorbei. Aber will ich Krypto-Miner spielen? Also in-game vielleicht. Im Jahr 2024? Puh. Na, das hat halt vorhin tatsächlich ein bisschen was gebracht, glaube ich. Äh. Ich brauchte den Künstler. Damit konnte ich einfach mich in einen stillen Raum stellen, ein paar Gemälde malen und dann das Geld rausbringen. Wir suchen noch mal den Actor. Dann träg ich den fucking Borer direkt neben mir gemacht. Und dann kann ich den Ton stellen. Ich will einen von denen einfach mit dem Rocket Launcher abschießen. Mach das auch direkt, glaube ich, wenn ich einen sehe. Ich bin wieder der Karton. Ich bin der Karton. Ja. Ich hab's gemacht. Was ist das? Erlebt, erlebt, erlebt. Fuck. Ja, gute Arbeit auf jeden Fall. Danke für deine Unterstützung, Johnny. Ich hab mich direkt vorher schon entschuldigt, dass ich das vorhabe. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass die Scheiße bauen werde. Genau so war's. Ach, Junge. Das war's nicht so gerade nach dem guten Ausgang hier oben. Boah, was ist ein PvP-Match da draußen. Ach, das ist der Robber Medium. Ja, ja, das ist mein Boy. Ist gestorben. Aber der hat direkt Sprengstoff hier hochgebracht, also wenn es schon mal da ist. Man kann mit dem Rocket Launcher auch, äh, Oh, die ist da drüben. Irgendwas aufsprengen, den Tresor und Schild. Oh, da ist eine Polizister-Trappe aufgestellt worden. Die ist falsch. Siehst du? Das ist so ein Gramm. Habe, wieso hast du das wieder fallen lassen? Weil, ich muss vorsichtig sein. Vielleicht kann ich aber mit einem Geld am Rücken rumlaufen. Okay. Stealth und so. Jo. Die Kamera ist auch gerade halt an. Du wirst halt gerade gefilmt. Na, Juk. Ich hab mal die Juwelen hier einfach mitnehmen. Wo, die bringen das Geld hier rüber. Äh. Liegt hier Geld schon? Du bringst das Geld und dann, äh, bringst hier rüber und dann, äh, bringst hier raus. Nee, ich hab's nicht geschafft, das reinzutun. Okay. Doch, doch. 24.000 ist drin. Okay, easy. Einfach drüben auf den Boden werfen. Gut. Okay, jetzt versuch ich ein bisschen zu chillen. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen Kleingeld. Ja. Wir haben Kleingeld. Wozu bin ich? Wo ist die Bank? Hier. Hier ging nie jemand hoch. Ich hack mal ein ATM. Da kommt ja ein bisschen Geld raus. Oh, oh, ich wurde gesehen, ich wurde gesehen, ich wurde gesehen. Glaube ich. Die schießen auf mich, die kriegen mich nicht, die kriegen mich nicht! Ich hab's aber abgeworfen. Wir haben genug Geld drin. Oh, wir haben. Oh, wir haben genug? Ja, nice. Let's go. Wir haben gewonnen. Da ist ein Kopf. Ich meine, ich wurde am Ende noch erwischt, Fulia. Ich würde trotzdem sagen, das war gute Zusammenarbeit von uns. Das war sehr gute Arbeit. Ich hab sogar noch mehr zusammengelegt, falls du zurückkommst. Warte, wer ist denn? Ist das Ricky, der so komisch aussieht? Ja. Hab's. Bestimmt. Sieg. Irgendwelche Leute haben Full-Auto auf mich gehalten am Ende. Ich hab's mit dem getan, aber ich hab auch was geschafft diesmal endlich. Oh, ich konnte den Sack noch abgeben. Sehr schön. Ah, wie ärgerlich. Wisst ihr, warum das gerade 5 gegen 3 war? Äh, ja. Fully konnte ein Bot erstellen. Ja, ich hab ne Klasse gehabt, womit ich ein Bot erstellen konnte. Ah, dann war das vorhin auch wahrscheinlich so ne Klasse, ne? Die das gemacht hat. Vielleicht. Also ja oder nein? Ich bin Kopf. Ich bin erstmal hier. Hallo. Hallo. Soll ich was nützliches sein oder spiel ich dem im Papierflugzeug? Na, macht mal gut. Ja, natürlich dem im Papierflugzeug. Gute Wahl. Also an dem Punkt. Ich kann in der Bank Kisten finden, um mein Papierflugzeug zu upgraden. Das wird gemacht. Was nehm ich denn hier? Hier gibt's so viel. Naja. Es ist geil, dass wir mehr Rollen haben, aber das überfordert auch ein bisschen, weil wir sehr viel jetzt haben. Wir wissen ja gar nicht, was wer macht, aber das eigentlich gehört dazu. Naja, doch. Stacheldraht? Aua. Rittende Polizei. Ja, der Sheriff ist auch lustig. Oh nein, die Zeit ist abgelaufen. Ja. Das bin ich jetzt. Ich kann bis zu zwei Stationen platzieren, die sein Team mit Gesundheits- und Munitionspaketen versorgen. und Räuber schocken, die sich ihm nähern. Oh. Stärkte Wände. Kann schwache Wände und Fenster verstärken. Er leidet 75% weniger Schaden durch Explosionen. Oh. Okay, irgendeiner will PvP mit mir machen. Es war Ricky. Hat er einen Schuss getroffen? Er hat einen Schuss getroffen. Okay. Aber jetzt habe ich mein Flugzeug geupgradet. Jetzt gehe ich aufs Dach. Irgendwie. Ich stelle ihn mal direkt beim Wagen. Hat er sich schon mal diese Rolle mit den Fußspuren? Äh, nee. Ich kann irgendwie die Fußspuren von NPCs sehen, aber... Jo, ich habe ein Flugzeug. Jo, ich sehe den. Ja, also was bringt dieses Flugzeug? Kann rumfliegen. Ich sehe nichts mehr. Warum war ich gerade blind kurz? Oh, geflashbankt wird wohl geflashbankt wahrscheinlich. Ja, oder so. Ja. Die haben auch schon Geld reingepackt irgendwo. Wie haben die das gesch... Warte mal, wie haben die das geschafft? Ah, nur 1000. Nur 1000. Das ist echt nicht viel. Bin nicht hingegangen. Oh, Einbrecher im Juwelier. Zieh wir hier oben? Ja, der ist oben. Okay, ich war draußen, falls der entgegenläuft. Wieso geht der nicht einfach rein in den Juwelier und tötet den? Okay, hier ist noch nichts geklaut, aber die Scheibe wurde aufgebrochen. Ach, warte mal. Ich kann theoretisch nachverfolgen, wer es war. Du kannst deine Fußspuren hinmachen, wenn der noch im Raum ist. Ja. Wollen wir dann Wasser davor legen oder so? Hm. Ich glaube, die Gelddruckmaschine steht ja einfach rum. Die kann man einfach kaputt schießen. Hm. Warte mal. Warum steht der im roten Bereich? Ja, eben. Bot-Romber-Medium. Der hat Bot mal wieder, ich sag's euch. 5000. Ist aber kein Krypto-Mining zu dir. Das würde da stehen. Ja, aber ihr Geld steigt ja langsam an. Ich klauere ja nicht nur 1000 Dollar. Wo hält man überhaupt 1000 einzeln auf? Nee, ich weiß auch nicht. Ja, das ist das Krypto-Mining. Aber... Fortschritte beim Krypto-Mining habt ihr aktiviert. Sehr gut. Ich wurde umgebracht von Ricky oben. Ricky ist oben? Was für ein Kostüm hat er da? Ich weiß nicht. Äh, braun oder irgendwas? Ich weiß nicht genau, ob er hat er gesehen. Nee, weiß ich war blind und dann hat er mich getötet. Irgendwie erst im Auto gesprungen mit ein bisschen Geld. Und wurde getastet. 39.000. Ich hab das Geld voll. Ich hab einen erwischt. Ich hab einen erwischt. Ich weiß, wie wenig ich erwischt hab, aber einen hab ich erwischt. Wir müssen nur aufpassen, dass sie jetzt nicht zum Wagen laufen. Einen pinken haben sie noch nichts eingezahlt. Das können halt alle sein, dass sie jetzt zum Wagen laufen. Ja, klar. Lieber nur, falls einer schießen und dann Leben verlieren. Ja. Müssen halt ihr am besten zufrieden sein. Der kommt sehr nah. Nee. Müssen die gedrückt halten am Auto oder können die einfach einmal eben... Ja, aber nicht sehr lange. Okay. Jetzt haben wir es am bewachen. Ja. Ey, die schüffeln aber auch gerade... Niederlage! Was? Sind zu einem anderen Auto gegangen, halt. Also beim pinken waren sie nicht, dann weiß ich nicht, wo sie waren. Wieso pink? Ist das nicht immer dieselbe Farbe? Keine Ahnung. Zu welchem Auto habt ihr das Geld überhaupt gebracht? Das ist bei der Orenstation. Hä? Da hab ich reingefahren damit. Okay, dann siehst du als Cop nicht, dass da Geld drin ist. Ich weiß nicht, wo sie es hingebracht haben. Ich bin nur weggefahren. Es ist egal, in welches Auto du es reinpackst, aber du kannst mit jedem Auto fahren. Aber ihr hättet ja schon mal Geld geholt und ich hab in keinem Wagen gesehen, dass ihr Geld geholt habt. Das meinte ich. Da hat Hockey mich sogar umgebracht, in dem, wo ich das Geld reingetan habe. Nee, Zombie hat mich umgebracht. Doch, da wo deine Falle war, Volli, das war komplett voll, das Auto. Ja, die hat mich auch erwischt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ja, meine Falle. Das Elektro-Ding. Mhm. Boah, Hockey ist einfach so ein Cop. Jedes Mal aufs Neue. Oh, es gibt einen, der kann Tresore lautlos öffnen. Einfach in dem Unternehmen steht. Ich hab den Camouflage-Bildschirm. Ich werd davon einfach dann gegen ein paar aufstehen. Ich hab Pickpocket! Pickpocket! Vorsicht, Pickpocket! Pickpocket? Kennt ihr das? TikTok? Nee, die Leute, Johnny hat halt TikTok Hockey vielleicht auch, aber ich glaub, wir kennen davon nichts. Nur Boomer. Nee, du sollst dich deinem Alter entsprechend verhalten. Das ist echt so. Ich brauch einen Bauchschwarvertrag. Der hättest du gesagt gefahren mit einem Bauchschwarvertrag. Was willst du mit 30 Jahren noch anfangen? Also, ich zahl jeden Monat ein. Aber der ist nicht mal klar. Auf dem Pferd geritten. Das Pferd-Emo sollst du schon ein Haus gebaut haben. Kann man auch auf das Pferd schießen? Ich weiß es nicht. Auf das Pferd zu erschießen. Ich muss es testen. Was machst du denn? Ich muss nur es testen, es tut mir leid. Oh mein Gott. Wir haben einen Bottle. Haben wir jemanden, der wiederbeleben kann? Nee. Warum haben die jetzt schon wieder einen Bot? Wir haben eine Klasse da voll. Oh fuck. Ja, den hab ich geholt. Fuck. Mein Ding. Ja, Mogi, wollen wir die gute alte Juweliers-Taktik machen? Ich hab Johnny verloren. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Okay. Ganz langsam. Oh, da ist ein Polizist. Der hat meinen Monitor gesehen. Und der hat da nicht gesehen. Er hat's nicht gesehen. Das ist dumm. Das Problem ist nur, der ist jetzt da drin irgendwo, wo ich jetzt rein will eigentlich. Ich stell einfach den Monitor auf und dann geh ich hier rein und niemand sieht mich. Shit. Wer auch immer es war, hat mich nicht verschossen, ich weiß nicht wie. Okay. Johnny, okay, es war Johnny. Ich kam nicht rein. Ich kam nicht rein. Ich kam nicht rein. Da bin ich dabei. Beim Juwelier liegt zumindest ein bisschen Geld. Bei dem Juwelier kann man den Punkt auch. Ich kann den Leuten was klauen. Hast du gesehen? Hast du bei mir geguckt? Oh, oh, der Bolt Robber Medium ist da. Nee, ist er nicht. Das ist einer von den anderen. Oh, oh. Hier sind echt viele, Mann. Oh. Hat's da mit dem Fall. Ich glaube, die haben den Falschen erschossen einfach. Ich glaube, die haben den Falschen erschossen. Oh, oh. Was? Was? Will er mich ver... Wir haben nicht gefunden, dass niemand von ihnen einen Unschuldigen erschossen hat. Und haben sie... Ja. Ich dachte mir schon, dass das früh aufliegt. Ach, komm. Der eine ist dahinter, dass du es machen sollst, wenn du in einem Gefecht bist, damit er denkt, er hat dich erschossen. Ja, das ergibt Sinn. Aber trotzdem, was zum Fick. Er hat einfach auf eine Leiche geschossen. Einfach auf eine... Aha. Kein Respekt vor den Toten. Nee, 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 nee. Was macht ein Riki eigentlich? Riki hat irgendwie Geld. 5.000 Dollar raus. Aber wer hat denn Geld dabei, ohne dass man es sieht? Riki, du... Ich habe ihn das geklaut. Ich kann ihn auf die Pomponentee verstehen. Na, Riki, du bist ganz unauffällig. Wieso? Ah, das ist Pickpocket, ne? Pickpocket, ja, genau. Pickpocket. Pickpocket. Deswegen hast du es die ganze Zeit wie ein Vollidiot gerufen. Hier oben liegen 6.000 auf jeden Fall. Ja, die habe ich zusammengelegt. Ich kann mich neben die Kopfseite stellen und kann was aus dem Portemonnaie klauen. Merken die das nicht? Nö. Aber wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen langsam ein bisschen Geld rausholen, ne? Ja. Ich möchte anmerken, mein Robber-Medium, der ist... Der macht gar nichts. ...geschossen oder so. Ich weiß nicht, ich habe den zu meinem Assistent gemacht und jetzt steht er da und starrt das Regal an. Er ist straight da hingelaufen und starrt nur das Regal an. Scheiße, scheiße. Oh mein Gott, Ricky. Ja, ich kann nicht, ich glaube nicht rennen. Mach die Scheibe kaputt. Nein. Das ändert doch nichts an dem... Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Oh mein Gott. Du musst mit M wegrennen. Du musst aber die Maske aufsetzen, dann kannst du schneller rennen gleich. Ich glaube, wir haben Faschist, die haben die Beute gefunden. Oh scheiße. Da hinten beim blauen Wagen vielleicht. Ne, warte mal, das ist unser? Oh, let's go! Ich wusste nicht mehr, dass wir den nutzen können. Der Sambrero hat gerettet. Nicht gefunden. Bei welchem Wagen warst du? Der unsichtbare Maeve. Habt ihr das Geld an den Seitenausgang gesehen, was direkt am Rand lag? Ja, das hat der Bot gepinkt. Das habe ich genommen und bin dann zum Auto direkt an ihm gelaufen. Ah ja. So ein Pickup Truck, den kann man nicht an das Geld auch reinlassen. Ich glaube zuerst, mit dem Geld rausrennen und dann seid ihr mir alle da entgegengelaufen. Da habe ich mich zur Seite geschmissen und so getan habe ich nichts. Und die sind alle um mich rumgelaufen. Das war so richtig gruselig. Naja. Okay, es gibt so dumme Klassen. Oh, was? Skydiving? Wie geil ist denn der? Okay, das ist ja super cool. Was ist los? Warum bleibt es so angehunden? Hallo. Ich bin nur hier. Hallo. Ich bin Fat Chairman. Ich werde Geld drucken. Ich bin Detektiv und schaue mir Fußspuren an. Cool. Ich sorge einfach für Inflation. Was soll ich denn sein? Krawallschilds. Boah, es gibt Riot Control. Der ist einfach nur stark. Der kann voll viel Damage nehmen. Hat so ein Schild und so. Der PvP-Master. Ja, ich glaube, ich nehme den mal. Jetzt ein bisschen PvP angesagt, okay? Ich bin aber nur wieder 100 Mal Kopf. Normaler Arbeitstag. So, ich kann irgendwie... Aber bist du nicht froh, für das Gesetz einzustehen? Ah. Doch. Ich kann die Fußspuren von einer Person einfach tracken vom Spawnpunkt aus. Okay. Kann ich dem nicht so dann folgen? Achso. Und dann wurde er gespawnt. Ja, theoretisch schon, ja. Ich... Du folgst ihm von Spawn aus. Du weißt noch nicht mal, was er gemacht hat. Ey, 2000 schon. Was geht das? Ja, ja, das siegt an meinem Drucker. Es war Rekki. Oh, nice. Ich habe den Drucker platziert. Wollt einfach... Warum spauen aus den Spuren? Pass auf, pass auf. Was geht das? Hockey. Der Drucker gibt denen zwar Geld, ja, aber er erhöht auch den Goldpreis. Guck mal, die müssen jetzt 32.000 sammeln. Die müssen immer mehr und mehr und mehr sammeln, obwohl die gerade Geld geschenkt bekommen haben durch den Drucker. Das heißt, sie haben nur Nachteile dadurch. Okay. Also müssen die ganz schnell auch diese Drucker finden. Und ich kann noch einen zweiten jetzt gleich platzieren. Dann bekommen die nochmal 2000. Oh, oben rennt jemand, oben rennt jemand im oberen... Scheiße, wie kommt man da hin? Oben rennt jemand. Ich kann mal, habe ich gesehen. Ja, oben, einem im Anzug. Ja, im Anzug, aber egal. Der ist jetzt wahrscheinlich... Warum ist der ein Fass? Das kann doch schon nicht explodieren oder so, ja. Hier liegt Geld. Ich bin tot. Okay, ist tot. Cool. Ja, jemand hat das... ...gesprengt. Ich bin gerade in der Mitarbeiterzone. Was ist denn hier kaputt gegangen? Unser Drucker ist aber auch aktiv, oder? Meine Drucker sind aktiv, ja. Stark. Guck mal, die müssen jetzt so viel Geld sammeln. Moggi hat Geld geklaut hier. Ich habe Moggi erschossen. Okay. Das ist scheiß Fässer. Ja, schieß dich doch ab. Häng. Aber töt' ich da nicht Unschuldige? Ich hab's einfach abgeschossen. Und du bist nicht gestorben? Nee, aber vielleicht war einfach gerade kein Unschuldiger da. Vielleicht hatte ich Glück. Einer ist oben durchs Fenster gebrochen, glaube ich. Ja, oben liegen 10.000. Wo liegen die? Wo liegen 10.000 oben? Ich sehe nur die Kamera. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme. Das ist so ein Gang... Du laufst gerade hin. Jetzt laufst du wieder weg. Ah, hier. Hä? Ich sehe es nur die ganze Zeit durch die Kamera. Ich weiß nicht. Hier ist der Tresorraum in der Ecke. Ja, hier. Hier, hier, die Geld. Ja, aber da ist so eine Leiche. Okay. Und warum soll da Geld sein? Sorry. Ich sehe da auch 6.000 irgendwo. Ach nein. Ach egal. Ja, ja. Ach, ich hab mal wieder verkackt. Ich bin nicht unten. Bin das verschossen? Ich weiß es nicht. Riki scheinbar. Das war Riki, ja. Der hat mich einfach geboxt. Ah. Dann dachte er einfach... Nee, warum sollte ich einfach boxen? Ich weiß nicht. Die müssen 43.000 Dollar sammeln. Ja, aber hier liegen auch 16.000 halt bei dem Gelddrucker, ne? Ja. Ja, der Gelddrucker ist natürlich auch eine Gefahr. Den muss man aber auf jeden Fall auch versteckter hinstellen, als einfach hier so offen. Ja, den einen habe ich ausgesehen sehr offen platziert. Können wir den kaputt machen oder so? Der andere ist ein bisschen versteckter. Ich weiß nicht, ob ihr den seht, der hat 12.000 mittlerweile dort liegen. Äh, keine Ahnung. Passt du auf dein Geld hier noch hier auf? Ich passe hier auf. Ich bleib hier in der Zone generell. Weil sonst falle ich auf, dass ich im Korb bin. Okay, okay. Achso, du bist verkleidet. Und deswegen achte ich hier drauf, ob jemand in die Mitarbeiterzone kommt. Der Gelddrucker ist zurückgegangen. Schon wieder? Hier rennt jemand, hier rennt jemand mit Geld. Ich habe ihn getötet. Er hat, Maeve hat den Drucker ausgemacht und es mit Geld abgehauen. Als ob er den Drucker ausgemacht hat. Also, das Zünder ist nicht mehr da. Ne, hier ist noch einer. Der Gelddruck steht jetzt draußen vor, der... Hä? Ich bin noch so hoch, weil er draußen vor... Okay, Alter. Ich erwisch gerade einer nach dem anderen. Ich habe einen Helikopter runter. Rescue? Wo kommt hier ein Rettungshelikopter? Ich weiß nicht. 51.000. Okay, es liegt nur noch Moggi. Hier draußen liegt zwar noch Geld, ganz nah an der U-Bahn-Station, aber... Greicht das? Und hier sind halt noch Medis. Das Geld? Ich kriege den Spuren von irgendeinem Folgen wieder. Ja. Das war cool. Aber ich müsste erst mal irgendein Verbrechen finden, sodass ich von dort aus den Spuren folgen kann. Warum ist da draußen Stinkbunde? Moggi erwarte ich, dass er einfach gleich eine Waffe vor uns zieht und uns erschießen will. Ja, wahrscheinlich echt. Die haben keine Zeit mehr, die haben noch 10 Sekunden. Ja, und der andere Drucker hat auch noch... Mit der Inflation haben wir mal wieder gewonnen. Ja, da hat mir echt ein bisschen Pech gehabt, dass ich ihm vor den Augen erwischt habe, wie er den Drucker ausgemacht hat. Sonst hätte er echt viel bekommen, glaube ich. Moggi hat noch ein Trampolin vor mir aufgestellt und ein Laufband. Die gute alte Inflation. Das Klauffand am Trampolin war super am Ende. Da habe ich noch ein bisschen Spaß gehabt. Oh, ich darf ein Räuber sein. Ich wette so, oh Gott, du wurdest entdeckt und dann so, wenn du Glück hast, ist das Zombie, der lässt sich am Licht... Oh, ich dachte mir auch, wenn das Zombie ist, dann kann ich noch ein Trampolin für uns aufspielen. Ja, da werde ich noch ein bisschen gesprungen, eine kleine Runde. Ähm... Oh, ich muss hoch. Ich auch. Okay, Inflation, Jungs. Ich sage es euch, das ist das Leben. Aber können wir nicht alle theoretisch den... Oh, der Sheriff. Den kannst du auch nehmen. Der kann reiten. Ja. Dein Fettsherman. Der mit der Gelddruckmaschine. Ich hatte vorhin diese Gelddrucker platziert. Jeder könnte dann zwei von uns platzieren. Die müssen so viel Geld... Die müssen so viel Geld dann sammeln. Und wir könnten dann alle auf unsere Drucker aufpassen. Ja. Was? Ja, also ich habe vorhin zwei Drucker platziert. Das hat dazu geführt, dass in der gesamten Zeit die 50.000 Dollar sammeln mussten. Stell dir vor, wir haben mehrere dieser Drucker. Ich dachte, das haben wir gemacht. Mhm. Die Drucker platzieren wir. Das heißt, der Preis erhöht sich immer mehr und mehr und mehr. Das Ding ist halt, die könnten die Drucker ausräumen und das Geld bekommen. Aber wenn wir auf die Drucker aufpassen, dann können die die nicht einfach so ausräumen. Mhm. Und hier nur gutes Versteck. Der beim Tresor hier. Aber so... So nützlich ist das nicht. Doch. Doch, das war extrem nützlich. Nee, nee, nee. Nein, meine Rolle. Achso. Okay, erster Drucker ist platziert. Meiner auch. So, ich bleib jetzt hier. Falls die zum Drucker wollen, werde ich sie so erschießen. Einfach hier generell in dem Raum bleiben. Ich platziere den zweiten hier und ich bewachte den Drucker. Mhm, das ist auch mein Plan gerade. Ja, ja. Okay, ihr macht das schon. Ja, ja, ja. Wir sorgen einfach nur dafür. Guck mal, die müssen jetzt 32.000 wieder sammeln. Die sehen, denken sich jetzt schon, als ob die schon wieder was platzieren. Nee, wir dachten vorhin, dass wir das waren. Das wird gleich gefahren, Fully. Mhm. Ja, gleich kann man morgieren. Oh, das könnte... Mann, das war so kurz davor. Fully, du bist gestorben. Ich wurde gesprengt von der Bombe, die ich gerade defused habe. Ich nehme dich auch eine Bombe. Ja, die geht gleich hoch. Ich glaube, er hat mich erschossen. Sie hat mich erwischt. Nein. Ja, sie... Er hat mich erschossen. Sie ist nicht explodiert. Shit. Wer war er denn? Wer war er denn? Okay, das ist ein Problem, weil jetzt ist der eine Drucker hier offen. Und der Tresor. Wer schießt da? Ach, du schießt, ne? Jemand wollte mich erschießen. Hat es nicht geschafft. Aber ich habe echt keine gute Waffe. Warte mal, wo ist denn die bessere? Da. Okay. Bewache ihr Geld. Erschieß. Okay, aber stimmt. Hier ist eine... Oh, das ist Fully, das ist Fully, das ist Fully. Das war nicht so schlau. Nein. Da sind die Drucker. Habe ich mich erschrocken. Meine Güte. Alles gut, alles gut. Ich hoffe, ich habe dir keinen Schaden gemacht. Da rennt einer raus. Wischt du ihn? Aber die haben echt viel Geld gesammelt mittlerweile. Ich habe ihn. Was soll die Scheiße denn? Was war das? Zombie hat mich mit irgendeinem Laser-Elektro-Shit erwischt. Du musst noch mal schnell den Drucker legen. Damit mehr Geld gespawnt wird quasi. Oh nein, die haben zu... Ja, ich habe gerade versucht, sie zu erwischen. Scheiße. War ein Scheißplan von dir. Ja, die haben einfach zu viel Geld geholt. Ja. So reich. Die Inflation hat diesmal nichts gebracht. Du musst immer nur 5% sowas machen. Damit die Leute das Gefühl haben, dass sie was kaufen müssen. Weil ihr Geld sonst zu wenig wert ist. Ich verstehe. Eigentlich verstehe ich es nicht. Ich mache nochmal das mit dem Bohrer. Das fand ich irgendwie... Das war sinnvoll beim letzten Mal. Ich hätte wahrscheinlich einfach umgebracht als Meisterdieb. weil ich ja von Kameras markiert werde. Aber... Ich habe nochmal... Ich bin wieder der Madman. Ich habe wieder den selbstgebauten Sprengsatz. Ich werde den irgendwo legen. Und dann werden wir schauen, was passiert. Wenn sie ihn entschärfen wollen, dann schieße ich die Bullen. Ich habe nicht das... Ja, das ist mir nämlich passiert. Ich dachte mir so... Oh, das kann ich... Ich dachte mir, du wirst jetzt nicht meine Bombe entschärfen. Ich versuche mal Kryptomining. Ich hatte aber beim Entschärfen die ganze Zeit Angst, dass du sie auch remote auslösen kannst. Ne, die hat einen Timer von 30 Sekunden. Ja, habe ich gesehen. Aber ich dachte... Die hat mich entschärfen? Ich konnte sie entschärfen, aber... Ich war auch kurz davor. Ganz kurz bevor du mich erschossen hast. Ich habe das Piepen gehört und sie hat mich miterwischt. Andersrum. Ich wusste nicht, dass ich so nah dran war. Ich sprinte direkt zu meinem Diamanten. Nicht wundern. Ich habe sogar die Maske schon auf. Okay. Sehe ich hier irgendwo... Ich lege einfach direkt im Einungsbereich eine Bombe. Mal schauen, ob sie es sehen und ob sie da ein bisschen irritierter von sein werden. Kryptominer muss ich nicht abholen, ne? Nö. Aber der ist hinter dir her. Der ist hinter dir her. Ja, ja, ja. Ich habe 30.000. Ist da drin? Und abhauen. Was? Ich habe noch 20.000 wert. Was? Was? Ich habe nicht mal gecheckt, was passiert ist. Der Meisterdief. Ah, ja, 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 ja. Der Meisterdief wird mal von allen Kameras markiert, aber es gibt einen Diamant, der 20.000 wert ist. Aber der 30.000. Und wo kamen die anderen 10.000 her? Ich habe noch ein bisschen mehr Juwelen mitgenommen. So? Ja, dann. Haben wir ein bisschen gegönnt. Die Kops waren noch nicht da. Es ging zu schnell. Das war wirklich gemein. Ja, war. Ja. Die Gemeinheit war das. Na, weinst du jetzt? Ja, ich hätte richtig los auf die Runde. Ja, ich hätte... Ja. Egal. Es gibt einen Hit, man. Und was macht der? Das würde er einen Typen dann umbringen, glaube ich. Oh, geil. Stimmt, ich glaube, ich hätte die damals sogar gespielt, als wir privat gezockt haben. Dann kriegt man irgendwie mehr Geld oder solche. Ich habe keine Ahnung. Kannst du bezahlt werden für die richtigen Kills? Wir werden es gleich sehen. Ich weiß nicht viel genau. Okay. Ach so, aber du weißt ja nicht, wer wer ist. Doch, wir werden... Die Leute werden mir markiert irgendwie. Die die VIPs sind. Was sind VIPs? Sind das die Polizisten? Nee, oder? Das sind very important persons. Ich glaube... Ah, vielleicht einfach Passanten, ja. Ah, er ist safe. Du musst wahrscheinlich nicht Polizisten... Die are live. Oh Gott, der Text ist so winzig. Aber der gibt 17... Ah, ich seh den auch nicht. Ich seh den auch nicht. Ich fühl mich gerade so, als hätte ich einen 4K-Montor. Verrät seinem gesamten Team den Aufenthaltsort eines zufälligen VIPs. Wenn kein VIP er im Leben ist, verrät er die Klasse den Aufenthaltsort aller Polizisten. Oh. Dann sollten wir den VIP doch mal loswerden. Wo ist denn der? Was ist diese Stinkwolke da? Das ist Gift, geht da nicht rein. Okay. Seht ihr den VIP? Ich verstehe das nicht. Nee, ich seh den auch. Den müssen wir finden. Der wird aber angezeigt. Ist das so eine Frau, oder? Ich habe X gedrückt. Oh, ich bin im falschen... Ich... Ich habe die ganze Zeit wrong disguise, weil... Ich habe nur einen Anzug. Ich bin hier überall falsch. Oh ja, geh mal weg, das. Geh mal besser raus. Geh mal raus, da. Ich habe sogar gesehen, wie du da so rausge... Voller Charme so rausgelaufen bist. Ja, da war auch der Polizei und der ist auf mich zugelaufen, aber es ist ihm nicht aufgefallen. Und der andere Polizist hat mich auch gesehen, also alles gut. Oh, wir haben 1000 Dollar bekommen. Warte mal, haben die... Haben die denn Dingens? Wo ist der VIP? Ja, ich habe Krypto-Mind. So, ich habe jetzt X gedrückt, aber... Verrät dem gesamten Team Auftragsort eines zufälligen VIPs. Siehst du irgendwie durch die Wand oder so? Nee, ich sehe gar nichts. Weil wir sind die... Also ich habe links auch dieses VIP-Ding, aber ich weiß halt nicht... Warte mal, warum leuchtet die Polizistin da so? Ja, dann wird die der VIP sein. Ja, dann ist die VIP. Das ist ja auch eine Polizistin. Du siehst doch links sogar. Du siehst die Tausendin, die du hier umbringst. Wo ist die? Meinst du? Ja, ja. Steht doch da links, steht doch da links. Riki hat gerade... Stehst du einen Hund an? Aber das ist die da... Das ist nicht die Person, die da links markiert ist. Ja, warum sollte sie leuchten, wenn es nicht der VIP ist? Ich habe die gerade markiert. Weiß ich nicht, vielleicht weil sie für Schmisch spawned ist. Ah, ich habe sie markiert. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Das ist wirklich eine... Riki lief gut mit dem Polizeihund. Nicht gut. Hab sie getötet? 20.500. Wir haben direkt das Geld bekommen. Ja. Ja, sehr stark. Und durch meine Krypto-Mäne bekommen wir auch ein bisschen was die ganze Zeit rein. Oha, es hat es übel gebracht, die zu töten. Oh, Vorsicht, Riki. Krass. Oh, wenn man die Managerin tötet, dann bekommt man auch Geld. Sollte ich die Managerin töten? Nee, das ist zu viel. Wer ist die Managerin? Das ist die im blauen Anzug. Ich glaube, man bekommt 5.000 Dollar sofort, wenn man die tötet. Die geht auf Riki gerade los, dementsprechend. Riki, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich will dich treffen. Oh mein Gott, das war Maeve. Maeve ist die Managerin im Blau. Okay. Maeve war wieder ein fauler. Das ist jetzt ein Problem. Ich wünsche, ich hätte dich so komplett daneben geschossen. Ja, das ist schlecht. Warte mal. Gibt mein Krypto-Mainer kein Geld mehr? Oh, das Geld liegt hier. Das muss ich mitnehmen. Das ist ja krass. Als ich die getötet habe, habe ich das Geld direkt bekommen. Ohne es irgendwie abzugeben oder so. Das war eigentlich nicht schlecht. Aber das haben wir wohl in dem Fall nur einmal. Ich will einfach nur sagen, Hitman-Klasse sehr stark. Herrlich jetzt, ja. Du musst die Krypto-Mainer immer wieder neu starten. Ja, ich muss die immer wieder neu starten. Ih, hier ist so ein Laser. Ja, jetzt kommt wieder Geld rein. Oh oh. Ah ja, ich sehe auch ganz gut. Wirf einfach auf den Boden. Wirf einfach auf den Boden. Okay. Niemand hat was gesehen. Keiner kann was machen. Keiner hat was gesehen. Also können sie wieder gehen. Ja, so ist es ja. Ja, ja, ja. Mein Block, mein Block, mein Block. Dicke hat es verstanden. Natürlich. Oh, scheiße. Da geht er. Jetzt liegen 16.000. 16.000 liegen da hinten rechts. Da liegt richtig viel Geld auch beim Übelier, ja. Das ist eigentlich fucking risky, da hinzugehen, oder? Oh, pass auf, der läuft oben. Nur noch reine Minute und du bist der Einzelne, der übrig ist, also nicht mehr so viele Möglichkeiten an dem Punkt. Aber das reicht nicht ganz. Wir brauchen noch 500 mehr. Oh oh. Warum brauchen wir überhaupt 40.000? Okay, jetzt können wir mit 16.000 arbeiten. Ist das wegen eurem Crypto-Mining, wie das so angestellt wird? Nein, 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 nein. Ah, wegen der VIP, wegen der. Gönne echt dann. Was auch, das ist ein Hund. Aha. Direkt neben dem Geil. Nein, die sieht dich, da sieht dich doch. Da sieht dich doch. Ich schlau, den Hund hat er direkt hingelegt. Was machst du? Hey, jetzt, 20 Sekunden kannst du auch noch ein bisschen scheißen. Ich denke, die Runde ist gelaufen. Pass auf, nimm dir einfach das Geld und renn. Schau mal, was passiert. Der Hund ist weg. Schnell, 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 schnell. Renn, 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 renn. Ich sage, wo geht's raus am besten. Da steht schon ein Hund. Das ist okay, das ist okay. Schnell, schnell. Nein, nein. Du schaffst das. Nein, du schaffst das. Oh Gott. Oh, es klappt sogar, es klappt sogar. Du kannst nicht gehen. Let's go. Wir haben die Dachstattung gewonnen. Was? Wie? Hä? Gut. Maeve, Maeve, Maeve. Der Maeve hat ein bisschen ge... Let's go. Was denn? Maeve, Maeve, Maeve. Das haben wir schon mal besser gesehen. Ja, Maeve war sehr entspannt. Oh, da läuft jemand. Ich habe auf ihn geschossen, aber war zu schnell. Ah, da läuft er ja. Fortnite hat mir mal gebrat, wegzurennen. Was für eine Klasse hattet ihr, dass der VIP da war? Ja, Hitman. Hitman. Das ist doch geil, da musst du jemanden töten. Ja gut, wieder halt, naja. Und dann bekommt man einfach das Geld. Wie auch, naja, naja, naja. Wie hat er gut geschrieben, oder muss man es rausholen? Nee, 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 nee. Also ich habe die getötet, die Frau, und dann habe ich das Geld sofort bekommen. Sofort. Ah ja. Naja, das ist krass. Ein Donut. Irgendeiner von euch muss noch raus hier. Tom, wir müssen noch ein Skatee ziehen. Okay. Ey, der hat gehört, was wir planen. Okay, das spiele ich nicht mit mir. Ich bleib bei Krypto. Ich gehöre, das Krypto-Meinem war grad ganz nett. Ich bin der Tech, ich mach ein paar PCs unsicher. Ich mag die so auch mit dieser Camouflage-Wand, aber ich wüsste nicht, wo man sie einsetzen kann auf der Map. Ich bin bei sowas generell nicht so gut. Ich habe das Gefühl, man erkennt mich immer. Nee, Camouflage ist ja, ähm... Kann ich mit der Drohne... Kann ich mit der Drohne... Geld klauen ja, ne? Ja. Kannst du ja. Warum fragst du, Donnie? Wichtig. Wieso? Willst du Geld klauen? Ja. Hä? Hä, ja, was denn? Was willst du von mir? Wer macht so was? Hä? Okay, ein Krypto-Meiner, schon mal installiert. Da rennt einer von euch. Hä, die rennen alle. Können, können die rennen? Wer denn? Manche können rennen, ja. Alle können rennen. Okay. Wir können auch rennen. Weiter Krypto-Meiner installiert. Oben, bei mir ist das oben rot, wenn ich renne, weißt du? So, als würde ich da nicht auffällig sein. NPCs können nicht rennen. Ja, eben. Aber wenn sie die Treppe runterlaufen, dann sieht es manchmal so aus, wenn sie rennen. Wer hat die 10.000 jetzt schon geholt? Ich hab 5.000 geholt. Ich auch 5.000. Oh, nice. Auch nicht 1.000. Hier läuft ein Spion von denen rum. Die haben Spione. Zwei Spione haben die. Woran sieht man die? Weil die hier in der Haupttalle rumgerannt sind. Ich glaube, da hinten keine Spione rum. Äh, keine Manager. Verstehe. Einfach nur erst mal das Glas kaputt machen. Vielleicht kann man ja jetzt klauen. Beim Juwelier. Hat das irgendjemand bemerkt? Oh mein Gott, wir haben gleich so viel Geld. Wir haben gleich so viel Geld. Alle Wolls. 20.000. Ich hab die Wolls geöffnet, Jungs. Rein da. Alle rein. Scheiße, schießt auf mich. Wir haben ja Geld zum holen. Warum das? Wir haben 39.000. Weil wir so ein Gewicht akzeptiert haben? Nee, nee. Scheiße. Das geht immer weiter hoch. Wo ist das? Wo ist der? Liegt das denn doch am Krypto-Mining? Nee. Oder haben die Drucker? Nee, nee, nee. Safe Drucker. Aber wir haben doch keinen Drucker aktiviert, oder? Nee, aber der Drucker aktiviert auch nicht die Diebe, oder? Du kannst als Dieb Drucker... Oh, die Drohne kann die Tür nicht aufmachen. Wir brauchen halt wirklich scheiß viel Geld jetzt. Das ist schlecht. Die haben safe irgendwo einen Drucker. Scheiße, ich hab das nicht durchdacht. Ich dachte, ich kann mit meiner Drohne... Ich kann die Türen... Äh, die Vaults öffnen. Und jetzt kann ich mit meiner Drohne das Geld rausstehlen. Aber... Mach mal die Tür auf, Hocky. Warte, ich muss Geld sichern. Okay, du machst das. Hocky, du machst das. Ich hab wirklich viel Geld grad. Aber... Fully, mach mal irgendeine Tür auf. Aber immer noch nicht genug. Schau mal, wir haben halt immer... Ich hab übel viel. Irgendeine? Du brauchst nichts klauen oder so. Nee, eine zum Vault. Äh... Ja, ich bin drin. Danke. Okay. Okay, ich schnapp dir das... Hä, so geht das jetzt? Wie viel ist? Das sollte genug sein, oder? Ich kann das Geld nicht klauen. Die Drohne kann kein Geld klauen anscheinend. Oder ist das kein Geld? Ich dachte, der Geld... Nee, hast du das Geld gerade mitgen... Oder Hocky? Ich, ja, ich. Okay. Hab's eingeladen. 4.000, oh no. 4.000, Jungs. 5.000 noch. Wir schaffen das. Jungs, wir schaffen das. Ich wurde getötet. Ich fliege die ganze Zeit jetzt nur die Drohne hier rum. Und mach nichts. Ja, schlecht. Liegt denen, wo dein Geld nirgst. Ich hab die... 143.000! Was? Let's go! Was hast du gemacht? Ich hab die komplette Bank leergeräumt. Bro, hey? Hey, Hund, ihr habt... Hey, Hund, ihr habt... Keine Stimme. Wenn ihr mal mehr braucht, dann geht ihr mit 163.000 raus. Ich hab die komplette Tresur leergeräumt. Ich bin mit 100.000 oder so rausgegangen. Ich war so verwirrt. Ich hab richtig oft einfach nur... Bin einfach rausgerannt, hab Geld reingemacht. Ihr wart da einfach nicht. Wo wart ihr? Ich hab euch kein einziges Mal... Also, ich war in dem einen Raum und hab die Gelddrucker bewacht. Ich war einfach, dass wir bei Gelddruckern stehen. Letzte Runde also, okay. Letzte Runde. Alter, 143.000! Das war nicht schlecht. Hat es was gebracht, dass ich die Volt geöffnet hatte? Habt ihr da rausgeklaut, oder? Äh, Maeve hat alles ausgeraubt, ja. Ich hab nur Juve-Due und ATM. Maeve hat die gesamte Bank ausgeraubt. Er hat alles dabei gehabt. Ich hab auch über die Scheiben kaputt gemacht. Ich hab ihm ein bisschen Geld hingelegt. Hat er alles mitgenommen. Ich bin jetzt ein Taschendieb. Ich mach mir die Taschen voll. Pickpocket? Pickpocket? Ich mach Krypto. Das ist... Es ist unfassbar angenehm. Oh, ich wollt grad fragen. Johnny, kennst du das? Aber Johnny ist auch nicht da. Naja. Ich drucke jetzt Geld, aber auf unserer Teamseite. Und, äh, Zombie und Hockey. Ihr kennt ja Pickpocket, oder was auch immer. Ne. Okay, das heißt, wir generieren jetzt... Wir haben jetzt zwei... Ich hab kein TikTok. Ich hab TikTok noch nie benutzt, Mogi. Du nicht? Nur im Mitarbeiterbereich platzierbar. Mein Gelddrucker. Jaja, deswegen hast du auch die... Das Outfit dafür an. Aber... Du musst halt das Geld auch immer abholen, ne? Ja. Irgendjemand schießt jetzt schon. Ich muss grad kämpfen, jaja. Ich glaub, mein PC ist mir näher an. Aua, da waren zwei Leute mit Waffen direkt, die mich abgebotet haben. Oh ja, du bist direkt... Wenn du Hitman bist, du siehst direkt anders aus. Ah. Du hast den Anzug direkt an am Anfang. Das ist ziemlich brutal, Alter. Ah ja, stimmt. Das ist ziemlich auffällig. Der Hund hat nicht komplett zerfleisch noch. Wie klau ich denn? Wie klau ich die Leute? Als Taschendieb. Du kannst, glaub ich, nur Polizisten beklauen, meinte Ricky, oder? Naja, ich hab dir was geklaut. Okay. Dann hab ich den Sack fallen lassen, ohne dass er es gesehen hat. Sehr gut. Naja. Ich hab ein paar Crypto-Minds installiert. Stark. Eine wurde wieder deinstalliert. Ich liebe übrigens die Münze, die dafür sorgt, dass die NPCs alle auf einen Haufen gehen. Die Münze? Was gibt's? Soll ich sagen, die... Sollen wir jetzt gerade sehen können. Ja, wenn ich die werfe, dann laufen alle NPCs in eine Ecke. Weil die die Münze haben wollen. Aha. Das ist wie ein Dying Light. Hier sprennet einer mit seinem Hund einfach herum. Aha, da liegen 7000 Dollar. Hey, Moggi? Oh, der Drucker sagt, zieh sich. Moggi, schau mal in den Jubilierraum. So, oh, fucky. Jetzt sind wir mal Jubilier-Shit. Ich hab da so eine Wand aufgestellt. Die können jetzt nicht in den Jubilier reinschauen. Also, ich hab den vor die Tür platziert. Oh, vor die Tür. Oh, ich seh's. Ja, ja. Voll gut, oder? Und jetzt räum ich da gar nicht alles aus. Und da stehen jetzt auch die ganzen NPCs davor, weil ich da die Münzen hinwerfe. Let's go. Aber egal, wir können gut alles ausräumen. Hey, das ist ja... Die Wand ist gar nicht so schlecht. Ich sag's ja nicht. Okay. So, willst du den Rest haben? Irgendwer springt dir und ballert direkt. Na, ich wollte dem einen noch 5000 klauen, aber das konnte ich nicht. Ich bin gefangen. Ich würde gerne ein paar Cops erschießen. Okay, ich hab noch vielleicht 30.000. Ist das? Ich hab 25.000 Dollar lauter direkt fallen lassen. Oh, ich kann nicht mehr kämpfen. Also, da im Eingangsbereich liegen noch gute 10.000 Dollar rum. Okay, wir brauchen noch... Ja, ich hab ein bisschen was hingelegt. Aber ich bin gestorben. Oh, unser selbst gedrucktes Geld. So, wir bringen noch 8.000 zurück. Wir haben fast. Ja, wir brauchen nochmal ein bisschen was. Okay, ich stell vor dem ATM-Raum jetzt so eine Wand auf, damit die da nicht reinschauen können wieder. Ich denk, das war ganz clever. Hier liegt überall Geld rum. 2.000, 2.000, 5.000, 5.000, 8.000. Ja, die haben selber auch Drucker wahrscheinlich. Nee, ich hab zum Beispiel Geld hingeworfen noch wo. Weil ich konnte sie zurückbringen. Okay, ich hab 10.000. Ich geh zum Auto. Okay, mach. Ah, du hast auch 8.000? Perfekt. Ja, ich geh nochmal. Du hast die Tür hinter mir zu. Ja, da ist ein Gegner gerade. Achtung. Nein, es ist drinnen, aber ich konnte nicht abhauen. Aber wir sind... Wieso musste ich denn zweimal nachladen? Ich hab nachgeladen und nochmal nachgeladen einfach. Ich bin der letzte noch rüber. Okay, Magi, wir brauchen noch ein Auto rüber. 1.000 brauchen wir noch. Wir brauchen noch 1.000. Hast du 1.000 gerade eben so? Hinten beim Ausgang liegen die ganzen Drucker und so. Oder hier liegen 5.000 am Boden. Nimm mal die 5.000 da und geh. Das sind meine 5.000. Jetzt wollen wir 2.000. Ah, warte. Was? Oh, da war noch ein Kopf. Habe ich auch nicht gesehen. Aber als Pickpocket sieht man gar nicht, dass du Geld dabei hast, ne? Ja, ja, man hat es nicht gesehen. Bis zu 5.000. Warte, bis ich das Geld wegwerfe, sieht man... Man sieht es gar nicht. Nein. Warte mal, du hast die ganze Zeit das Geld weggeworfen. Ja, aber ich habe mich erkannt, weil du gerannt bist, Muggi. Ja. Ja, aber dann bin ich gerannt, weil ich raus wollte. Und dann bist du schicken, hast du das Geld weggeworfen. Na klar, du bist auch in Tannen. Dann bin ich nicht gerannt. Willi, hast du einfach das Geld gejobbt und dich zu erkennen gegeben? Ich habe dich da einfach erchancen. Ich habe auch da einfach. Ja, ich habe mich halt überrascht. Ich wollte dann... Ja, aber ich wusste nicht, dass du es willst. Erst als du das Geld gedroppt hast. Hey, ich habe da was auf dem Rücken. Bonusrunde oder habe ich Bonusrunde? Nee, keine Bonusrunde. Ja, okay, stimmt. Vielleicht habe ich das auf dem Rücken. Keine Bonusrunde, aber ich war mir nicht sicher. Dann... Bonusrunde machen. Bonusrunde. 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 Okay. Ich bin Cop. Ich habe auch nicht gemerkt, dass ich Cop bin. Geldsackfälschung und Farbbombe. Zeig Geldsäcke in der Nähe an und kann sie irgendwo im Mitarbeiterbereich aufheben und verstecken. Läuft beim Tragen langsamer. Setze die aufgenommenen Tasche durch eine Farbbombe. Oh. Okay, ich gehe einfach mit Brutalität wieder rein. Ich mache Gelddrucker. Ich mache am Anfang direkt wieder einen Koffer mit einer Rüstung. Also... Mit einer krassen Waffe und mit... Hier, warte. Geh, bei der hat den Scheiß. Komm. Da. Danke, mein Bester. Oder soll ich sagen, meine Beste? Ich nehme den Rest. Ich dachte, da ist noch eine Waffe drin, aber gut. Nein. Was passiert? Oh, warte mal. Ist es vielleicht clever, den Gelddrucker auf dem Dach zu platzieren? Die gehen da drauf, oder? Ja, das können... Doch, die können da schon mal hochgehen. Ja, aber die machen es ja nie. Also, sie können, aber... Ja, ist so. ... aufs Dach. True. Ah. Wer war das? Man kann mit dem Mitarbeiterbereich platzieren. Wer hat da... Achso, die Drucker, ja. Stimmt. Ja, genau. Weiß ich, was ich hier einfach mache? Die haben schon Geld. Ja. Ja, die haben schon was ausgeraubt. Ich gucke mal, bei welchem Wagen das war. Meine Ability wurde gestohlen? Die haben wieder einen Pickpocketer. Okay, es war bei dem Main Lastwagen vorne. Okay, hier kommen zwei einfach. Was für komisch, die verfolgen einen. Ist das irgendwie Teil meiner Rolle? Nee, eigentlich nicht. Es gibt die Hip-Hand-Roller. Deswegen. Die machen gerade nur irgendeine Scheiße. Ich war mir gerade so... Warte mal, lass mich das Geld aufheben. Die NPCs auch irgendwie von mir attracted werden können, weil es gibt so eine Beschreibung von etwas, wo steht, äh... Das sind jetzt Farbbomben. Dann kommen auch NPCs auf dich zu, aber ich glaube, das hat man nur als Robber. Sir, bitte bleiben Sie zurück. Was sollt ihr die Scheiße denn mit der Münze? Was war das? Jemand hat eine Münze geworfen, jetzt chillen alle ja bei der Münze rum. Übrigens, sobald jemand diese angeblichen Geldsäcke dort haben will, gehen die hoch. Scheiße, da gehen die woanders hin. Aha! Okay, jetzt sind beide Dinger platziert, beide von diesen Druckern. Hoffentlich ging es noch irgendwas. Okay, das könnte... die Runde gewinnen jetzt. Weil jetzt läuft das Ziel von denen wieder weg. Ich habe Zombie-Ein erledigt. Okay, aber da haben sie noch nie was reingetan. Oh, die können wir respawnen. Ich muss ganz schnell zu Streifen wagen. Da ist ja so ein Gate... Ich glaube, da geht jemand zum blauen Ding. Jetzt sehe ich gerade das Farbeimer-Symbol. Ist ja super lustig. Okay. Wie refill ich das? Achso, ist dann einfach. Okay. Ui, 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 ui. Wir haben schon 20.000. Wir haben die das geschafft. Keine Ahnung. Aber wir haben halt trotzdem noch ein bisschen Drucker, glaube ich. Wer schießt, wer schießt? Okay, das war falsch. Ich habe den aus der U-Bahn kommen sehen und ich dachte nicht, dass ich... Ich habe jemanden gesehen, Mogi hat vor meinen Augen ins Auto reingemacht. Wir haben nur noch Maeve als Gegner. Vor meinen Augen? Wieso tut er das? Maeve, Maeve. Also er war Taschen-Dies. Das heißt, ich habe es auf seinem Rück nicht gesehen, aber er hat es trotzdem reingemacht. Das war ein bisschen ein Orgurt. Ich weiß nicht, warum er so gespielt hat. Ich bin mal aufs Dach gegangen. Okay, easy. Wir haben die Drucker noch beide. 39.000, das kriegt er nicht mehr allein hin, glaube ich. Sind irgendwo Geld-Taschen? Ich ersetze sie durch Farbeimer. Und ich habe 10... Oben liegt eine Geld-Tasche. Oben liegt eine. Oben? In der Bank? Hier, hier liegt eine. Hier. Irgendwo. In der Bank. Ich weiß nicht. Bei dir? Ich ersetze sie einfach. Ich sammle die auf. Ich habe 10.000 Dollar dabei. Und wenn die das nicht wissen... Ich sehe durch die Wand irgendeine mit 14.000. Ich sehe da auch was. Mit 8.000. Da ist ein Drucker. Die haben den Drucker installiert. Die haben den Drucker installiert? Oder so? Ab ihn. Oh, nice. Let's go. Stark. Wir haben es mal wieder geschafft. Ekelhaft. Mobi, vor meinen Augen. Vor meinen Augen hast du Geld reingemacht. Aus. Der gute alte Füller. Ich habe dich genau dabei gesehen. Ich sehe, dass du so hartnäckig bist. Ich habe dich genau dabei gesehen. Das ist mir aufgefallen. So, dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Wir können uns reinschauen. Bis dann. Tschüss.